herzlich willkommen meine freunde zu einer weiteren folge des modding editors nach langer langer zeit ist es auch mal hier endlich wieder soweit ich bin tony der aktuelle community manager bei tml studios und heute werden wir uns wirklich noch mal von grund auf anschauen wo finde ich überhaupt den modding editor was sind so die ersten voreinstellungen die ich treffen darf um dann auch wirklich anfangen zu können meine eigenen mods zu erstellen und dafür habe ich mir natürlich auch unterstützung geholt denn heute ist auch wieder mal der liebe timo dabei grüß dich timo hallo toni hallo leute und ja da würde ich sagen wir fangen auch mal direkt an starten rein und da wäre jetzt meine erste frage an dich timo wo finde ich denn überhaupt den modding editor ja den kriegt ihr im epic game store da sucht ihr nach dem was wir jetzt hier gerade einblenden das ist der the bus modding editor und den ladet ihr euch dann runter alles klar und ja das wird auch eine ganze weile dauern ich weiß nicht wie viel gigabyte waren das jetzt noch mal circa timo ich glaube so um die 180 genau also ihr merkt schon da braucht ihr dann je nachdem wie gut eure leitung ist ein bisschen geduld aber wenn es dann soweit runtergeladen ist und ihr dann diesen modding editor ganz einfach öffnet dann werdet ihr genau das sehen was ihr jetzt hier ja bei uns seht und zwar ist da direkt dieses intro widget und ja was genau sind da jetzt die ersten schritte timo was machen wir jetzt genau wenn wir den editor gestartet haben dann sehen wir dieses bild hier und da würden wir jetzt quasi dann unseren modnamen erstmal eingeben wir haben uns jetzt erstmal dazu entschlossen einfach random nach münchen zu gehen und deswegen würden wir hier jetzt mal münchen beziehungsweise die englische version davon eingeben aktuell können wir nur eine karten map machen das werden wir natürlich in zukunft erweitern und da würden wir dann jetzt auch noch mal münchen eingeben ja und dann einfach erstellen und neu starten und ein bisschen warten alles klar und hier lädt das ganze auch schon so und währenddessen das ganze dann mal jetzt hier lädt wollte ich euch noch mal mitteilen dass ihr euch jetzt auch in zukunft wirklich auf regelmäßigere der videos freuen können das ganze soll der startschuss von neuen modding editor tutorial reihe bei uns hier auf dem thema studios kanal sein und da wird es dann in zukunft ja um alles mögliche gehen wir werden uns wirklich ganz genau im detail die einzelnen ja features mal anschauen was kann man überhaupt alles erstellen wie funktioniert das wirklich und dabei werde ich dann auch mal in den kommenden videos auch alleine hier mit euch das ganze durchgehen ganz einfach aus dem grund weil ich persönlich wirklich noch null vor erfahrung zum modding editor habe und das dann ganz einfach auch für euch vor allem für leute die noch nie selbst auch erfahrungen mit dem modding editor zuvor hatten ja das ganze einfach perfekt ist dass man einfach auch mal sieht wie kann man sich da überhaupt auch stück für stück wirklich rein fuchsen wie kann ich mir das ganze dann auch wirklich mal selbst beibringen und ja da gibt es einfach sehr sehr viele möglichkeiten und da werden wir bzw ihr dann auch relativ schnell feststellen dass das ganze eine extrem starke lernkurve ist und dass dann auch mit der zeit wenn man wirklich ja dann erstmal die basics kann auch sehr sehr viel spaß machen kann so timo und jetzt ist jetzt auch direkt wieder das nächste fenster vor uns was genau kann mit ihr tun genau also die mod möchte natürlich wissen wo auf der welt ihr unterwegs seid und dazu würden wir uns mal aus google maps die aktuelle position holen da wir in münchen sind würde ich jetzt einfach mal ein rechtsklick hier machen so ein bisschen im zentrum von münchen vielleicht und mit die koordinaten dann halt einfach mal kopieren und dann wechseln wir wieder rüber und kopieren die koordinaten da mal rein und wenn das ganze jetzt fertig geladen ist dann befinden wir uns jetzt hier ja in einer beispiel map also man kann ja sehen dass hier jetzt ja schon was vor uns ist was genau sehen wir da timo genau also wie toni schon sagte das ist die beispiel map einfach damit ihr seht was eine map quasi als mindestanforderung braucht also straßen ki lanes ein paar bus haltestellen das hier wäre die mindestanforderung für eure map damit sie funktioniert das braucht ihr natürlich nicht benutzen ihr könnt das auch einfach bei den example es jetzt hier ausschalten da gibt es ein kleines auge daneben und dann wäre das weg die ausrufezeichen hier die könnt ihr erstmal ignorieren und dann könntet ihr theoretisch anfangen euch erstmal eure hintergrundkarte reinzuladen alles klar und ja wie genau würde man das jetzt tun genau da müsstet ihr euch den maps key von bing generieren lassen wie das funktioniert erklären wir euch noch beziehungsweise ist auf unserem discord erklärt und dann wechselt ihr hier in den map creator hier ist toni so nett und blurt mein key raus ja und hier müsstet ihr dann noch mal die weltkoordinaten eingeben und zwar an der gleichen stelle wie beim initiellen setup von eurer map jetzt haben wir die koordinaten eingegeben das vorschaubild scheint hier jetzt gerade nicht so ganz hinzuhauen aber das ist ok und euren activation key für die bing maps tragt ihr hier ein dann könnt ihr noch die höhe eures landscapes quasi oder eurer welt detecten lassen anhand der ja der höhe in der karte und ja dann könnt ihr das erstellen lassen genau da muss ich dann einfach mal auf auto detect drauf drücken und dann wird dann automatisch auch die höhe angezeigt genau so und dann lädt er euch quasi die hintergrundkarte runter das dauert einen moment und dann solltet ihr das hier sehen das ist dann quasi der bereich der euch anhand eurer koordinaten dann runtergeladen wurde ok und weil es bei mir vorhin auch beim test so war wenn man sich das dann generieren lässt kann es sein dass man dann irgendwo in der welt ist und nicht direkt die map sieht was genau kann ich dann drücken um dann auch wieder auf dieses bild zu kommen genau dann müsst ihr euch irgendwas in der welt aussuchen vielleicht am besten das satelliten mesh hier und drückt dann die taste f dann springt er da wieder hin alles klar das könnt ihr auch rechts sehen oben da könnt ihr dann einfach satellite mesh anklicken dann wie es der timo gesagt hat einmal f drücken und dann solltet ihr dann auch direkt hier zum bild kommen ja gut timo jetzt haben wir uns diese karte generiert aber was genau bringt das dann dem einzelnen wenn er dann ja sein mod erstellen möchte ja genau ihr braucht ja quasi eine referenz möglichst um zu wissen wo ihr eure straßen bauen wollt was halt ein bisschen schwierig ist wenn man nichts sieht dazu und dafür habt ihr halt die karte die könnt ihr euch auch erweitern in alle richtungen indem ihr auf die punkte an den kanten klickt das dauert dann wieder einen kleinen moment je nachdem was ihr eingestellt habt wie viele kacheln er nach links rechts erweitern soll und so könnt ihr dann schon mal den bereich den ihr bauen wollt erstmal grob festlegen macht die hintergrund karten nicht zu groß macht lieber mehrere einzelne und erweitert die vielleicht ein zwei mal ja so weit so gut jetzt haben wir ja uns ein level generiert haben eine hintergrund karte und wenn man vor allem jetzt noch gar keine vorerfahrung hat gibt es auch eine besondere möglichkeit dass man da jetzt erstmal die basics lernt würde ich sagen das stück für stück sich ja selbst da mal rein fuchst das ganze mal sich selbst beibringt und da gibt es so genannte how to tutorials schon und wo genau kann man die da jetzt finden genau dazu gehen wir hier in den content drawer rein und scrollen in content ein bisschen runter in mod templates und hier gibt es dann den ordner how to und hier wäre dann zum beispiel die erste map how to 01 roads und wenn wir die dann laden möchten wir mal speichern ja dann seht ihr ganz kleinschrittig die allerersten grundlagen wie splines funktionieren die gesamten straßen bestehen aus blinds und polygone die ihr dann zu kompletten straßen zusammenbaut ok verstehe das heißt es ist ja auch wirklich selbstverständlich gemacht vor allem wenn man neu ist das ist natürlich eine super möglichkeit dass man da ganz einfach er sich mit der zeit da immer weiter ja rein arbeiten kann und dann sind da natürlich diese how to tutorials ja sehr sehr effektiv wir würden es auch jeden dann ans herz legen die erstmal zu machen bevor man da irgendwie überhaupt anfängt seinen eigenen mod zu erstellen dass man da ganz einfach die basics erstmal drauf hat und sich da jetzt nicht irgendwie verloren in dem modding editor fühlt genau ihr könnt aber auch bei uns auf dem discord gucken da gibt es schon einige leute die da schon erfahrung haben mit dem modding editor und auch bestimmt gerne helfen auch einige tutorials auf dem discord und noch mal weitere ausführungen gibt es da einfach mal vorbeischauen genau ja und dann würde ich sagen das war jetzt gar nicht allzu lang sollte es auch nicht werden es sind jetzt wirklich noch mal die absoluten basics gewesen jetzt wisst ihr überhaupt erstmal ok wo finde ich ganz genau den modding editor was sind so die ersten einstellungen die ich treffen darf um dann eben stück für stück ja immer weiter dahin zu kommen meinen eigenen mod zu erstellen hier auch noch mal ja mit von vornherein tutorials die er da erstmal nutzen könnt um euch das ganze mal genauer anzuschauen und von daher würde ich sagen vielen dank timo sehr gerne und ja wir sehen uns dann aller spätestens im nächsten jahr wenn dann ja eine weitere folge des modding editors kommen wird wie gesagt ihr könnt euch in zukunft darauf freuen dass da immer mehr stück für stück kommen wird auch detailliertere sachen nur jetzt wie gesagt zum anfang war es uns erst noch mal ganz wichtig dann noch mal die basics zu erklären und von daher ja habt viel spaß mit dem modding editor fuchs euch da mal rein und dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten mal ciao timo einen Toni.